Musik Öffnet euch ganz einfach eine Word-Datei im Querformat. Mit Einfügen ein Textfeld erstellen. Das Textfeld mit schwarzer Farbe hinterlegen. Unter Start suche ich mir die Schrift aus, in diesem Fall Legurier. Mache sie fett, wähle die Grösse, ca. 20 Punkte und wähle auch die Schriftfarbe, Weiss. Alles einmitten und ein paar Mal die Enter-Taste drücken. Nun kannst du ganz einfach den Text erstellen, den du nachher im Video haben möchtest. In Magix gehen wir nun auf Aufnahme Bildschirm und machen Aufnahme. Den Mauszeiger ausschalten und auf Aufnahme drücken. Nun mit dem Cursor ans Ende des geschriebenen Satzes gehen und mit der Backspace-Taste den ganzen Text löschen. Die Aufnahme mit OK beenden. Die gemachte Aufnahme erscheint nun in der Timeline und ich schneide sie mir zurecht. Jetzt wählt man seinen Ausschnitt, den man gerne haben möchte. Dabei darauf achten, dass man Proportionen frei wählt und bildfüllend ausschaltet. Nun sieht man hier die Grösse des Textfeldes. Unter Video-Effekte Geschwindigkeit anwählen, den Faktor auf zwei stellen und rückwärts anklicken. Nun machen wir mal einen Probelauf in unserem gewählten Textfeld und sehen den Schreibmaschinen-Effekt erscheinen. Jetzt brauchen wir nur noch den passenden Schreibmaschinen-Effekt als Sound. Jetzt kann man noch die dementsprechende Filmdatei einfügen. Unter Effekte kann man sich nun den Schreibmaschinen-Titel so platzieren, wie man gerne möchte. Unter Farbkorrektur kann man sich auch den Schriftbalken mit der Farbe einfärben, wie man gerne möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017